Gehörschutz-Versand TV, Folge 4, hier ist wieder euer Max. Unser heutiges Thema, kalte Ohren. Zunächst darf ich euch meine bezaubernde Assistentin, Julia, vorstellen. Hallo. Hallo Julia. Sag mal, ist dir kalt im Winter? Ja. Hast du auch kalte Ohren? Ja. Warum? Weil ich Ungarn-Mützen und Stirnbänder trage, weil sie meine Haare verdrücken. Dann kann ich dir jetzt was Tolles vorstellen. Unsere neuen Ohrwärmer, die Earwax. Ohrwärmer ohne Bügel verdrücken dir nicht deine Haare. Du setzt sie ganz einfach auf. Einmal klicken, über das Ohr geben, zurückklicken. Probier doch mal. Wow, jetzt kann der Winter kommen. Ganz genau. Ihr könnt die Earwax bestellen für nur 9,95 Euro pro Paar. Wir haben viele verschiedene Farben und Formen. Das war unsere Folge Kalte Ohren. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Euer Max. Abspflamp. Das war unsere Folge. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.